Wie alle, wie alle langsam fahren, wenn die das Ding sehen, weil die denken, dass sie gerade da sind. Ja, immer. Ich schütze schon. Ja, ich schütze auch. Ne, es ist egal. Ja, das ist normal. Das wird gleich noch viel schlimmer. Was? Ja, weil das euch dann nur noch wärmer wird. Fehlst du schon? Ja, ich bin nicht weg. Und, bist du zufrieden? Ja, das glaub ich. Ja, ich lasse das Handy hier, ich lasse es aufgeschalten. Machst du zu alles? Ja, soll ich diesen Sack jetzt mitnehmen oder nicht? Aber muss ich den fassen? Dann lassen halt hier. Ich kann jetzt eh nicht mehr so lange. Achso, ja, okay. Wolltest du hier direkt lang sehen, dass die an der Eisenbahn was haben? Ja. Hm. Äh, ich mach jetzt zu. Ja. Äh, gut. Ja. Hoffentlich hab ich auch meinen Aufmacher wieder dabei. Ja, solltest du? Ja, hab ich. Ja, ja, ja. Hm. So, Moment. Zumachen. Zack. Zu. Ja. Gut. Ja, in Krampelfahrt. Hä? Hier? Ja. Da hast du die Eisenbahn. Kommt zur Eisenbahn hin. Ja. Würde ich gerne. So, Landstagsstab. Ja, genau. Gut. Hande. Ja, ja. Ja, ich muss gucken, wie das hier abgeht. Ja. So. So. So hoch. Ui, ganz hoch. Ja. Huch. Ja, guck mal, ob ich das hier beitleger. Huch. Ja. Huch. 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 Hab ich schon, ist Fernsehen. Ja, wir sind jetzt hier im Landschaftspark. Jetzt kann ich mir den Ort schon wieder nicht mehr. Die. Ah, Dösburg. Ja, ja, Dösburg. Ja. Ah. Ähm. So. Da, 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 da. Kamal. Und. Out. Jetzt, äh. Äh. Oh. Oh. Hallo. Hallo. Du hab ich schon gesagt. Ih, mein Ärmel. Ha! Ja. Junkie! Boah, die ist schwer, die Kamera. Ja, wolltest du lieber den haben? Wolltest du den haben? Ja. Ist sowieso besser, die Aufnahme, wenn du ein Stativ hast. Weil dann wackelt nicht. Die Qualität ist dann besser. Soll ich mal dabei kommen? Jetzt ist die Kamera weg. Ha! 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 Ja. Alle Südler sind Frauen. Ja. Ja. Ha! Ich mach die Kamera. Hm. Ui, warte mal. Da oben ist der große Dom. Ha! Und da hinten. So. 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 Ja, man muss die Motive drauf kriegen. Wenn die Motive nicht, komm ich da hinten. So. Ha! Ja. 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 Es ist egal, ob das... Es läuft doch schon die ganze Zeit. Es wird tragisch. Ja. 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 Ich auch. Ja. Weil es schwül ist. Ja. Schwül. Ja. 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 Ich schichate. So, jetzt nochmal. So, jetzt bin ich aber drauf. Das sind die Kessel und Rohre, ja. Kann man auch drauf gehen. Das machen wir jetzt nicht. Nee. Ja. So, war nicht. So. Das ist ein Kran. Ja, kommt Wasser drauf, oder? Ja. Ja, es sind so riesen Industrieanlagen, ja. Überall Rohre und Pumpen. Da ist sogar noch was an. Ich glaube, es ist ein Ventilator, ja. So. Langsam schwenken. Riesenturm, ja. Hui, ist der groß, ja. So. Und läuft. Läuft, ja. So, das überliest du da unten, ja. Das hat man ja auch mal gesehen. Äh, gibt man vielleicht sonst immer nur den Kopf, weiß ich ja nicht. Hm, ja. Ja. So. Gut, ja. Ja, weiß ich, ja. Immer noch, ja. Ich will immer heulen, ja. Krieg auch mal Pat, ja. Hier sind die Anlagen, ja. Uh. Riesenanlage, ja. Weil kommen wir jetzt nicht raufgelaufen, nee. Weil hier, hier ist jetzt, hier ist jetzt aber zugesperrt, da. Nee, geht nicht durch, nein. Ha. Ja. Ihr könnt ja auch mal selber herkommen. Das ist total interessant hier, ne. Kann man überall hinlaufen. Ja. Ja, mal gucken, ob er das sieht, so. Ha. Wenn ich helfe, ich danke. Ja. Der ist ein riesen Kletterpark da oben, ja. Müssen wir mal gucken jetzt. Da hinten ja. Ich fach das weg. Ja. Ja, das ist ein riesen Kletterpark. Wann ist das zu geltend. Hm? Das in vorne stand? Hm? Aber das in vorne stand, das zu geltend. Das in vorne stand? Bestimmt ja. Ja. Oben noch. Hui. Ist das alles riesig. Eieiei. Da ist aber schwer stillzuhalten, ne? Hu! Ja. Hu! Ja. Ja, jetzt ist das alles aufregend. Jetzt ist ein Gulli-Deckel gegangen. Gulli-Deckel. Ah, man muss ja mal gucken, wohin man läuft, ja. Ah! Und die Hochöfen. Sind das aber auch Hochöfen? Ja, müssen Hochöfen bleiben. Ah! Ja. Hui, so eine Riesenanlage, ja. Wollt ihr das mal rein? Ja. Ja. So eine Riesenanlage, ja. Ja. Ja, aber irgendwie ist ein Wolf. Ja. 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 Jawohl, freut, ja. Ja. Wie war nochmal der Name? Hab ich schon wieder vergessen. Seilfox. Ah, okay. Ja, hier. Ja. Look at that. Hui. Ja. Und wenn du mich suchst, dann findest du tausend Sachen. Ja, hab ich gleich gefilmt. Ja. Ja. Es ist so warm, ne. Jetzt gehen wir zum Auto, ja. Es ist schon ziemlich warm, ja. Es ist schon ziemlich warm, ja. Es braucht gar keinen Spot da, ne? Es braucht sich so. Es braucht sich so gar nichts. Ja, ich geh auch, ne. Ich geh jede Woche Spot. Ich geh jede Woche schütteln. Ohne Spot. Ja, letzte Woche hab ich zwei Randalen gehabt. Ja, genau. Das ist nämlich die Sache, ne? Das macht nix, das macht nix, ja. Oh, oh, oh. Salz in der Suche, ne? Geh wär das auch lieber mit. Ja, das geht schon, ja. Das ist ne Mischung aus Atze und Zebra. Ganz schwer zu erkennen. Ah. Ja. Tschüss. Dann heul noch mal. Ja. Ah, gut geheult. Dann kriegst du auch n bisschen Tab haben. Paz haben, ne? Der Name von dem Riegel. Auf der Suche nach, weil du Narrenweif einkaufen. Oh je. Das ist irgendwas Vertrauliches. Oh je. Man soll nie einkaufen gehen und sich einen Namen für seine Sohne ausdenken. Sonst landet man nachher bei den Nudeln. Jetzt kommt das Rügel. Ich mag den Rhein-Balisto. Ah, ich mag den sehr gerne. Der Mascara auch ganz gerne. Ja, ja, schmeckt gut. Ja, schmeckt gut. Nicht so süß finde ich alles. Das liegt immer weg. Doch. Ja. Es gibt aber Feierabend. Ja, es wird dann ganz warm hier. Puh. Ihr könnt ja selber mal herkommen. In den Landschaftspark. Landschaftspark. Duisburg. Duisburg. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Duisburg. Aber sag mal. Kann man die Videos in 3D gucken? Ja, ja, kann man, kann man. Ja. Ich hab so ne... Kann's auf Fernsehen. Ja, musst du nur umstellen. Vollbild machen und dann auf dem Fernseher umstellen auf 3D. Und dann Side by Side, ja. Was ich hab ist so ne Brille, so ne AVR Brille, wo man auf mein Handy reinsetzt. Ja, geht auch, ja. Geht auch. Ja. Ja. Ja.